moin moin aus hamburg wir heißen axel und heute geht es um das zippel gewinnspiel bleibt dran hier und das ist also ein stapel von unterlagen mit kommentaren zu unseren zwei mark stattgefundenen zippel gewinnspielen im herbst wir haben im herbst lkws ausgeschrieben einmal haben wir golfbälle geschätzt man musste golfbälle schätzen einmal ging es nur darum kommentare abzuliefern warum man so einen lkw gewinnen könnte oder sollte und axel mit der resonanz haben wir alle nicht gerechnet also es war überraschend und es war teilweise bewegend was wir da an zuschriften gekriegt haben und da wollen wir heute mal ein bisschen rein gucken und uns den ein oder andern mal vornehmen wenn wir gut sind blenden wir auch noch die bilder ein die wir gekriegt haben und axel lass uns doch mal reden das ist mike blaurock dass der hat uns am ich will nicht sagen am meisten aber doch sehr beeindruckt der hat tatsächlich unsere gesamte flotte nachgebaut ja alles was irgendwie bei zippel und bei den z-linern mal ran geschraubt wurde das schraubt der an die an die modelle ran ja also was für ein wahnsinn und auf dem foto das ist jetzt ein bisschen nicht so groß aber da kann man doch schon erkennen dass es so detail genau ist selbst der w50 in dem wir jetzt hier sitzen der hat ja vorne noch so zusatz scheinwerfer die sind damit angebaut natürlich der der richtige rahl ton unserer hausfarben der bullenfänger deines ehemaligen lkws also den du mit großem erfolg ja hier betrieben hast also es ist ganz toll also es sind einfach nicht nur irgendwas irgendwelche tollen sachen angeklebt die der zubehörhandel so raushaut sondern wirklich das sind das sind autos die sehen genauso aus wie unsere und also hoch achtung mike und wir hatten ja eigentlich vor ihm mal einzuladen und hier zu interviewen und wie man dazu kommt so was so was zu machen das ist ja schon kunst und leider kann er nicht kommen weil er weil er viel zu tun hat aber wie das so ist da kommt der knochen zum hund wir fahren mal nach berlin oder wenigstens frau nelk wird hin und interviewt ihn mal und dann werdet ihr hier alle noch mal sehen vielleicht zeigt er uns noch mal wie man sowas macht aber das mit lupe macht oder auf alle fälle wird es da glaube ich einen interessanten film dazu geben und eine martina hat sogar auf den mike geantwortet sie hätte auch sehr gern ein zippel modell aber da mike sich so viel mühe gibt können sie es ihm vom herzen wenn er es kriegt ja bei martina müssen wir noch mal reden weil die sitzt nämlich bei einem kunden von uns herzliche grüße martina ich glaube also und deswegen machen wir das ganze heute ja noch mal wir gucken noch mal nach vielleicht gibt es noch den einen oder anderen lkw sozusagen als ich will jetzt nicht sagen trostpreis aber noch als zusatzpreis wir setzen uns nachher nach diesem nachdem die klappe runter ist noch mal zusammen und reden dann noch mal drüber wem noch mal einer zugeschickt werden sollte jetzt zu trüben weihnachtszeit passt das ja auch ganz super also noch einer der auch wieder ganz beeindruckt wir sind doch immer auf der ersten seite eigentlich müssen wir alle dann aber drei teile machen aber matthias hat uns geschrieben dass einen grünen lkw fährt und wenn man das bild jetzt einblendet seht ihr der lkw ist nicht ganz grün und er kommt aus bremen bzw sein arbeitgeber kommt aus bremen ganz großes kino das selbst hier die mitbewerber mitgemacht haben und sich nicht zu schade waren auch ihre lkws dazu fotografieren matthias vielen herzlichen dank ganz großes kino finden wir gut aber es geht weiter wir können eigentlich nicht jeden nehmen aber die schönsten die wir da dazwischen haben eben wie auch gesagt die bewegendsten von von unserem freund pappen hier der leider verstorben ist fahrer von uns der 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 hat schon seinen lkw gekriegt aber der der hier auch versucht hat oder das ist jetzt glaube ich sein bruder oder ja der bruder ja bitte noch einmal ein lkw als andenken für seinen verschorbenen bruder eben der hatte den spitzen am pappen ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht wie er richtig hieß aber er hat darauf gehört und er ist leider viel zu früh verstorben sehr traurig aber auch da gibt es eine ein kommentar ganz toll und dass das modell ist unterwegs oder nein ist es schon angekommen das ist sogar schon angekommen ja also es waren waren alle möglichen dabei es waren leute dabei die gesagt haben sie haben eine super sammlung das muss dazu kommen es waren sehr viele positive kommentare zu uns zu unserer firma zu unserer arbeitsweise für unsere fahrer hier der rolf winkler unser urgestein wir haben da sich selber er ist die legende rolf hast du natürlich recht wer ist hier die legende paul und du wirst die ein sagen so die anderen so rolf also wenn du ein lkw haben willst ich weiß du fährst mercedes ist der einzige fahrer bei uns der mercedes akt rausfährt weil er ihn haben wollte haben wir ihnen den besucht er war ja ja er war der meinung er muss ein lkw fahren der von den stern hat und ja die legende hat ihn gekriegt also jetzt musst du warten bis wir ein herber modell von dem lkw haben wenn es dann muss es auch schon deiner sein oder wir fragen den mike der bau dir denn einen so zurecht dass er genauso aussieht wie deiner es ist ja auch so dass einige hier sehr intelligent schreiben da ich eure seite immer leike möchte ich gern ein modell das fällt uns natürlich wesentlich leichter den menschen ein modell zu schicken die auch unsere mühe die wir hier machen mit den filmen auch mit einem like honorieren ja das muss man mal dazu sagen ohne das ist ein wink mit dem zaun nein 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 das ist ja auch gar nicht so deine art einer schreibt ganz kurz zwei wörter geile lkw ja ist aber alles gesagt noch mal bewegen fabian der ist krank der möchte noch mal ein lkw haben damit er wenn er zu hause ist auch noch mal weiß wie die zippel so unterwegs sind also wie gesagt sehr sehr schöne viele kommentare auch schicke bilder hier das mit dem fahrrad hier das bild wenn ihr das noch mal einblendet finde ich bin ich echt gelungen super geschichte also wir werden da dranbleiben wir werden noch den ein oder anderen lkw auch noch mal wieder extra verlosen und euch um diese kommentare bitten ich weiß nicht ob man das tatsächlich noch mal wiederholen kann ob die leute die jetzt kommentiert haben das noch mal machen oder ob noch viele neue dazu kommen wir werden es einfach mal versuchen auf alle fälle ganz ganz herzlichen dank für die rege teilnahme und weil es wie gesagt mit einem lkw nicht getan ist wenn wir beide jetzt die köpfe zusammenstecken und noch mal einen karton voll rausholen und gucken wen wir den noch mal zukommen lassen von elke wird das ganze dann darüber informieren und die die gewinner beziehungsweise die auserwählten dann informieren unter notarieller aufsicht natürlich von herrn fleischhauer oder wie er heißt genau gut also bis dahin wünschen wir euch alles gute und allzeit gute fahrt es ist einer der ruhig schläft ja heute ganze nacht die ganze nacht habe ich davon geträumt dass ich am flughafen bin mein ausweis nicht dabei habe scheiß reisepass reisepass so war das und ich wollte nach amerika fliegen und steffen war da und ich habe gesagt steffen fahr nochmal schnell nach hause das flugzeug hat verspätung dann schaffen wir das noch und steffen das geht auch so so